Ja hallo ihr Lieben, wir kommen zu einer neuen Goldwasch-Folge. Wie ihr seht, ich bin heute mit dem Highbanker unterwegs hier an der Elbe, kurz vor Hamburg. Damian, auch ein Zuschauer von mir und hat auch seinen eigenen Goldwasch-Kanal. Also schaut da mal rein, ich verlinke euch den unten. Der war hier neulich an der Stelle und hat ein paar Filterchen gefunden. Und ja, ich werde heute mal mein Glück probieren. Ich wollte eigentlich zuerst an eine andere Stelle, da kam man allerdings nicht ran. Von daher bin ich jetzt auf diese Stelle hier ausgewichen. Und ja, wollen wir mal schauen. Ich gebe jetzt ordentlich Gas und schaufel ein bisschen. Und mal gucken, ob am Ende was bei rumkommt. Und ja, wollen wir mal schauen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich habe jetzt den ersten kleinen Cleanout gemacht. Das ist ja echt Wahnsinn. Also für ein paar Schaufeln, die ich reingehauen habe, schon ordentlich was zusammengekommen. Und ja, deshalb werde ich jetzt mal weitermachen. So eine knappe halbe Stunde habe ich noch Zeit. Dann mache ich noch ein zweites Cleanout. Und nochmal gucken, was am Ende bei rumgekommen ist. Sanat aus. kosher. Zitzen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.